Die Liberalen sind stark in den Ländern und deswegen kann es ein sehr guter Weg sein, eben die FDP jetzt wieder aus den Ländern heraus aufzubauen. Ich glaube, dass der Neustart aus den Ländern heraus kommen muss. Wir sind in den Ländern bodenständig verankert. Wir sind vor Ort bei den Menschen, auch über viele Stadtrats- und Stadtverordnetenfraktionen. Das heißt, wir kennen die Menschen, wir wissen, wo sie der Fuß drückt und ich denke, dass das noch stärker herauszustellen ein Teil auch des Neustartes sein muss und auch ein erfolgreicher Weg sein kann an dieser Stelle. Ich habe in Hessen in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen immer sehr viel Wert darauf gelegt, im direkten Gespräch vor Ort zu sein und auch hinzuhören, bevor große Konzepte entwickelt werden, wo die Menschen der Schuh drückt, aber auch deutlich zu machen, dass die Antwort des Liberalismus, so anspruchsvoll sie manchmal sein kann, genau auf diese Fragen und Nöten im Alltag Antwort geben kann. Dass sie hierfür Angebote hat, die überzeugen können und die Angebote einer Geisteshaltung sind. Das heißt, da, wo Menschen Eigenverantwortung übernehmen, sich einsetzen wollen, leistungswillig sind, aber nicht nur an sich selbst, sondern auch an den Nächsten denken. Und dieses pragmatische Herangehen ist etwas, was ich anbieten kann, in der Kombination mit Christland-Lindner, nicht nur für die innerparteiliche Diskussion, sondern eben auch für das Angebot an Wählerinnen und Wähler, von der Kommunalebene über die Landesebene bis dann eben in vier Jahren auch wieder bei der nächsten Bundestagswahl. Ich glaube, ich bin bodenständig genug, um bei den Menschen zu sein, aber Christian Lindner hat so schön gesagt, als Generalistin in vielen Arbeitsbereichen, vom Brandschutz mal in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt bis hin jetzt zum Kultusministerium, eben auch in der Breite erfahren genug. Und ich glaube, wer in Hessen, nicht nur in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt, sondern auch im Hessischen Landtag gestellt wurde, der kann sich auch auf das Berliner Parkett wagen. Und deswegen freue ich mich auf die Herausforderung. Wir nehmen das als Duo, als Angebot an die Partei, aber auch an die Menschen in Deutschland, eben zu zeigen, was FDP ist in diesem Neustart. Ich meine, dass das Thema Bildungspolitik, eine pragmatische Bildungspolitik, eine Bildungspolitik oder ideologische Grabenkämpfe ein wichtiger Bestandteil ist, neben den Bereichen von Arbeit und Chancengerechtigkeit. Aber diese drei Bereiche sind für mich, gerade auch als Bildungspolitikerin, eben auch nicht voneinander trennbar und deswegen sicherlich ein Teil, den wir auch als Markenzeichen weiter ausbauen wollen.